Hallo, wir sind die Lehrlinge von MondeLys und wir machen hier unsere KV-Lehr. Wir zeigen dir jetzt unseren Alltag. Komm doch mit! Als KV-Lehrling bei MondeLys besuchst du in diesen drei Jahren sechs verschiedene Abteilungen. Im ersten Jahr wären das Human Resources und Customer Service. Hauptaufgabe von Human Resources ist das Planen von interner Events, das Bearbeiten von persönlichen Informationen und das Verteilen von der Post in der Abteilung. Im zweiten Lehrjahr ist man in den Abteilungen Sales Operation und Category Planning. Das Arbeitsklima untereinander gefällt uns sehr und am Ende der Lehre haben wir Lernende dank der sechs Abteilungen die Vielfalt von kaufmännischen Berufen kennengelernt und unsere Praxisbildner, wie auch unsere Berufsbildnerin, nehmen sich Zeit und unterstützen uns. Und im letzten Jahr ist man im Marketing und Whale Travel Retail. Als eine internationale Firma sind Sprachen sehr wichtig und vor allem das Eigentliche wird bei uns oft verwendet. Wir werden bei Schulmaterial, wie auch beim Sprachenthalte hundertprozentig finanziell unterstützt, kommen für den Kanton Zürich ein ZVV-Abo über, können gemeinsam in unserem internen Fitnessstudio Sport machen und auch in unserer internen Kantinen vergünstigt essen. Das Spezielle bei uns ist, dass wir mit Wellfit bekannten Produkten arbeiten, die wir auch privat konsumieren. Jetzt hast du einen kleinen Einblick in Mondeleis und in unsere Lehrstelle bekommen. Wenn es dir gefallen hat, bewirb dich jetzt. Wir freuen uns, dich kennenzulernen.